Hallo Leute und Willkommen zu Minecraft Pocket Edition Staffel 5 nicht Staffel 3 Folge 8 5 wo schon geht das bleibt euch da Wie ihr seht hat sich hier bereits alles geändert Ich habe den Boden jetzt fertig gemacht Ich bin aktuell bei den Lagervertex-Bone 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 Ich bin aktuell mit dem Lagervertex-Bone Ja, verbenutzten wir es zwischen dem Lager und dem Chipsenbauen, wo ich übrigens auch ich habe einen Schlagel-Grader und die Schlagel-Grader Ich habe eine Schlagel-Grader für die Schlagel-Grader Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. Wir brauchen ja generell noch für den Boden vom Lagerhaus, aber wir brauchen natürlich noch mehr. Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.